Die Osfalia Hochschule präsentiert den zweiten Dienstleistungskongress unter dem Motto digitales Vertrauen und Teamwork. Sind Sie dabei am 27. November im Rathaussaal von Uelzen. Mit internationalen Professoren aus der ganzen Welt und den innovativsten Unternehmen von Uelzen. Wer möchte, kommt am Tag zuvor an die Osfalia Hochschule zu Fachvorträgen in Englisch von internationalen Professoren. Sind Sie dabei? Untertitelung des ZDF für funk, 2017